Servus. So, ich habe schon wieder ein Rezept freigeschaltet. Bank? Was ist Bank? So, habe ich jetzt 52 Euro dazu bekommen? Das ist natürlich nicht schlecht. Okay. Dazu ist immer was Gutes. So, ähm. Achso, gibt es hier eigentlich Rechnungen oder sowas? Hm. Achso, das wird das sein, wo ich die Getränke erfüllen muss. Das könnte sein. Ich weiß es jetzt nicht genau, wo. Okay. So, warte mal. Was wollte ich jetzt gucken? Achso, stimmt. Wir hatten ein Rezept freigeschaltet. Ähm. Hier. Zumaltenkebab. Werden wir jetzt nie machen erst mal. So, weil... Warte mal überlegen. Wir müssen ja hier auch... So, was brauchen wir jetzt hier noch? Menü. Komplett. Ne? Suppe Dessert. Mein Suppe Dessert. In Hauptgericht ne Suppe in Dessert. Mhm. Mhm. Also, das ist bestimmt, wenn ich das neue Restaurant besitze. Trink in the Pub. Okay. Cooking Master. So. 5,47. Achso, maximal. Maximales Level bei den Gerichten. In Ordnung. Haben wir auch noch Gains? Ist logisch. Kann man das nicht mehr auf Deutsch übersetzen? Das ist ja... Schlimm. Punkt. Da haben dort die 50 Streifen... Oh. Depressionen... Uh. 10.000. 100.000. 500.000. Eine Million. Super vegan. Aha. Na geht's. Hier wollte ich noch was gucken. Ach so, da muss ich das Restaurant, okay. Dekoration. Was ist denn das? Was muss ich denn da machen? Warte mal. Okay. Okay. Da muss ich eigentlich an dem Bild irgendwie erkennen, oder? Ah, hier. Fünf Ending Machines. Irgendwie fünf Maschinen. Okay. Kriegen wir auch hin. Gut. In Ordnung. War ich mich auch nicht wundern, warum ich ja nie zwei Tage pro Video schaffe. Und das Wohnen hab ich jetzt schon wieder. Fünf Minuten sind schon wieder fast weg. Schon wieder fünf Minuten fast verquatscht. Na geht's. Komm. Läwchen wir hier rein. Okay. Hier muss gerne ran laufen können. Okay. Ja gut. Fünf Maschinen. Was zählt denn da? Na ja. Die drei hab ich. Ach so. Okay. Also solche Maschinen sind das. Gut. So. In Ordnung. Und den. Das. Und den Spieß, oder? Eigentlich ja. Das. Das. und das machen wir erst mal. So wieder 16 Leute. Das. Dann die Paprika oder Chili wie man es nennen will. Die auch dazu. So. 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 In Ordnung. Perfekt. Das war ein Hup. Zu viel. Sehr schön. Das noch. Zwölf bis sechstens mal noch irgendwas. Wir haben eigentlich noch alles, oder? Ja. Wir haben noch alles. Gut. Die sind eigentlich noch drinnen. 9,41. Wird knapp. Mit zweien nochmal. Perfekt. So. Ihr könnt hereinkommen. Es gibt... Oh. Genau. Mach das Licht aus. Es gibt sogar was zu trinken jetzt. Bei mir hier. So. Wir tun gleich nochmal... Einen Spieß vorbereiten. Oh. Haben wir bloß mal einen. Level 12. Sehr schön. Und da war die Suppe. Die eine. Die ich noch brauchte. Lass uns gleich mal hier drauf stehen. Mhhh. Sehr schön. So. Warte mal. Na ja. Oh meh. Bordoni. Werde morgen da sein. Sehr schön. Bin ich ja mal gespannt. Die haben alle was zu trinken hier auf dem Tisch stehen jetzt. Mh. 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 Oh. Da ist was leer geworden. Ich würd sagen. Eine von den Suppen. Mh. Ne. Die Spieße. Oh. Dann. Oh ne. Der will auch noch Spieße haben. Die Spieße. Mit dem warte ich immer ganz kurz. Bis ich's drauf lege. Wie das hinhaut. Komm mal hin. K林. So. Klinische. Bin schon da. Wunderbar. Sag mal wie lange, wie kurz wartet denn der bloß? Das ist ja unmöglich. So schnell kann man das gar nicht machen. Wie kurz der bloß wartet. Kann man das hier irgendwie abgräten? Die Geduld der Leute? Ja, schlimm. Ich bin schon da. Alle wegen Suppen sind leer. Was willst du denn an? Genau die, die ich nicht auf dem Herd stehen habe. Ich bin schon da. Oh, war doch mal ihre Scheiß. Okay. Passiert. Tut mir leid. Spieß. Spieß müssen wir noch haben. Ja, haben wir noch. Äh, 13 scheint. Zwei Level haben wir. Oh. Das ist aber nett von ihnen. Wieder einer gegangen, ne? Das ist unglaublich. Ja, bin schon da. So. Naja. Wird bloß ein Ei heute. Sind die schön. Ich bin nicht. Ja, ich bin mal. So, naja, jetzt muss ich die Spieße vorbereiten, auf jeden Fall. Eine Suppe, und die zweite. So, was machst denn du? Willst du mich denn verarschen? Jetzt will er mich aber rollen. Ey, beim besten Willen, Schwanzfett einmal. So. Oh, hier, wollen wir was machen? Oder, wie gesagt, können wir. So. Ähm, wie war denn das? Ich weiß noch nicht mehr, in welcher Reihenfolge das war mit dem Würzen? Ähm. 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 Gleichwälfte kleinern. Dann? Danach würzen. Ähm. Salz. eins, zwei, drei, schwarzer Pfeffer, eins, zwei, drei, und das noch mit rein. Und das noch mit rein. Gut, so, das kann wieder rein, weil der Topf so weit draußen steht. Gut, das haben wir draußen, oh, das muss ich auch noch alles aufwischen hier. Gut. Gut. Zitzen Wir sind jetzt bei 20 Minuten. Den ganzen Tag schaffen wir nochmal. Ich würde sagen machen wir es so, dass wir die Vorbereitungen machen. Das könnte man machen. Die ganzen Vorbereitungen machen, vielleicht noch was einkaufen gehen. So, in Ordnung. Dann haben wir alles. Ob ich mir wirklich überlegen einen Mitarbeiter einzustellen wegen Erfaschen. Dass ich mir das schon mal sparen kann. So, weißt du was? Wir können jetzt mal ein Bierchen trinken. Kostet zwar einen Haufen Geld. Dann können wir in Ruhe die Vorbereitungen morgen machen. So. Oh ja. Ziemlich ruhig hier. So. 250 Euro. Na komm. Oh Gott. Klingt ja langsam. Boah. Ui. Der wurde ja schon betrunken. Von eben so einem Bier. Dulu? Du. Dulu. spoiler. Dulu. Und jetzt geht es jetzt! ... das ist ... ... das ist ... ... ... ... 14. Ähm, was ist denn jetzt was? Hit? Schade. 17. Lass uns mal. 17. Hm. Dürfte ich ja mal gewinnen. 17. Müssen wir lassen. Klar, logisch. Zum Glück spiel ich gerade ohne Geld. 19. Erstmal. Abgewinn. Böse. nach Hause gehen. So, ich wünsche uns einmal gewinnen. Getrunken haben wir auch. Am nächsten Mal können wir ja mal gucken, ob wir die 50 treffen beim Darts spielen. Tägliche Ausgabe, minus 500. Was habe ich denn gekauft für 500? 500? Habe ich irgendwas gekauft? 250 Schuss Bier. Habe ich eins getrunken, oder? Oder habe ich zwei gesoffen? Ist noch irgendwas gekauft? Habe ich eigentlich gar nicht einkaufen, oder? Naja, wer weiß. Egal. So, auch diesmal stimmt es mal. Meine Güte. Eigentlich nicht. Eigentlich hätten wir 16 können. Oh! Neues Rezept. Sehr schön. Danke. Okay, wenn wir das jetzt mal nicht machen, müssten ja... Oh ja, haben wir zwei was erledigt. So. Ah ja. Das haben wir. Und was war noch? Was hat man noch? Ach so, hier. In Ordnung. Speisekarte. Ja, was ist denn jetzt neu hier? Ist doch irgendwas... Irgendwas ist doch neu? Ah ja. Steht nur Teller. Okay. Okay. Mmh. Mit Pommes. Also, es gibt auf jeden Fall die Suppe. Es gibt die Suppe. Es gibt den Spieß. Und den Döner Teller. Würde ich mal sagen. So. Ähm. Mitarbeiter. Einstellen. Ich weiß nicht, was das hier ist, aber... Cleaning. Da gab es doch glaube ich auch eine Errungenschaft, oder? Wegen Cleaning. Aber ich glaube, das hatte ich schon alles. Ähm. Warte mal. Ähm. Ja. Das habe ich auch schon. Okay. Dann können wir das eigentlich auch machen. So. So. Gut. 18 bis 23. Kunden. Okay. Okay. Ach, da ist mein Mitarbeiter. weiter. Na, guten Tag. So. Hm. Okay. Warte mal. Warte mal. Wir haben da hier noch was? Inventor. Haben wir da was Neues gekriegt? So. So. Zäber das. So. Gut. Das haben wir, das haben wir. Jetzt brauchen wir natürlich noch so ein Teil. Ich überlege jetzt, ob ich die hier umstelle. Ob ich sage. Ja. Werden wir ummachen. Was mache ich denn hier? C. Bitte. So. Ich werde hier drüben hinstellen. So. Und so. Und so. Und jetzt müssen wir noch eins kaufen. Inline Shop. Einrichtung. Nein. Station. Ah ja. Station. Ähm. Ne, tun wir mal hier hin. Gut. Jetzt haben wir hier vier Gerichte. Also vier was. Gut. Können wir den eigentlich auch umstellen? Können wir. Dann stellen wir den mal hier hin. Das stört er nicht. Weil ich nämlich noch in den Tisch mal mit Die ist mir bitte die richtige Farbe. So. Ähm. Ich würde erst mal gucken, welches Brett. So. Naja. Ich würde sagen, das Brett hier. Wenn du es dorthin stellst. Aber das ist in Ordnung, oder? Und den so mittig hier hinstellen. Ja, es... Immer das Brett, was hier so... Okay. Das ist jetzt welches? Genau das Brett hier. Ach das. Ich muss noch ein Stück zurück. Ich muss noch ein Stück ran. Doch ein Brett war da vorne. Hm. Gut. Also doch ein Brett weiter. Vor. Also doch das Brett hier. Genau. Oder? Ja. So sieht es schon viel besser aus. Das stimmt auch einwandfrei. Oh. Das sieht doch. Sieht doch herrlich aus, oder? Gut. Haben wir jetzt vier Tische. Haben wir zwar kein Austausch hier drauf, aber... Du. Das ist egal. So. Gib mir mal hier. Mein... ...goldenes Hähnchen. Da hin. Dann hier den Bierkrug. Nein, den machen wir. So. Dort daneben. Und dich auf die andere Seite. So. So sieht das doch gut aus. In Ordnung. Ist da noch ein bisschen was hier umgeräumt und umgestellt. Und schon ist die Zeit rum. Genau. So. In Ordnung. Dann würde ich sagen. Werde ich das Video jetzt erstmal beenden. Und wir sehen uns im nächsten wieder. Bis dahin. Tschau.